Heyo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Mikro Battle. Das ist ein neues Format. Wir sind kleine, mini kleine Mikro-Menschen und müssen vor einem großen Sucher weglaufen in einem wunderschönen und feinst ausgearbeiteten Haus, in dem es kleine Geheimgänge gibt. Wir spielen heute zusammen mit dem Julian, mit dem Flo und mit dem Tops. Der Tops ist Sucher und hat dieses wunderhübsche Pilzschwert, was ihr gerade gesehen habt. Ich glaube, er hat auch noch eine Schusswaffe, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können uns hier klein schrumpfen, wie ihr seht, und dann gehen wir ihm dieses wunderhübsche Haus. Ich zeige euch mal ein bisschen kurz was, bevor wir anfangen mit der Runde. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es gerade finde, aber es gibt so kleine Mäusegänge, in die ihr rein könnt, also beziehungsweise in die wir rein können und uns vor dem großen Sucher erschrecken, damit wir nicht direkt getötet werden. Und wenn einer von uns erwischt wird, dann wird er auch zum Sucher. Okay, lass uns anfangen. Das sind jetzt eigentlich Endments und Tops muss uns hier, glaube ich, 10 oder 20 Sekunden warten hier. Und er sucht uns und, ja, ich würde mal sagen, auf geht's, 3, 2, 1 und Mikro Battle, auf geht's. Ich bin gespannt auf die Map hier. Ich gehe auch hoch. Okay, es ist nicht einfach auf die Treppe. Oh nein, es ist nicht einfach auf die Treppe rauszukommen. Oh nein. Oh nein, ich nehme die Treppe in der Wand. Ich nehme nicht die Treppe. Ich gehe woanders hin, an einen geheimen Ort. Ich bin jetzt hier. Oh, bist du, Julian? Oh, oh. Was ist hier? Wo ist die Treppe in der Wand? Wo bist du? Ja, die ist bei den weißen Dings. Ich fühle mich leider überhaupt nicht sicher. Das Problem ist, dass... Okay. Ich glaube, wir haben jetzt vor... Oh nein, der ist ja. Oh nein, der ist ja. Das war knapp, da bin ich gerade so entkommen. Da kann er zum Glück nicht lang. Oh ja, ich sehe dich. Julian oben. Ja, schau mal, hier eine Wand. Hier ist von Portal 2. Warte, wo? Oh nein, das Bett. Hier ist ein Gaming-Gaming-Satort. Oh, hier geht's rein. Ich bin jetzt in so einer Art Geheimgang. Ich bin auch versteckt, Freund. Ich bin versteckt. Oh mein Gott. Ah, die Verstecke ist aber rein. Oh Gott, Tops ist direkt neben mir. Echt? Ja. Wo ist der aufgenflopfen? Ja? In der Wand hier drin. Wenn du aus dem Wohnzimmer in die Küche gehst. Das ist noch die Ride. Oh, loch. Halt mal, wo geht's hin? Oh, loch. Achtung, ist es ganz um. Oh, loch. Wo ist ein Geheimgang? Wo ist ein Geheimgang? Ich habe das Gefühl, ich werde als erstes sterben. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wer ist es hier? Ich bin das, ich bin das. Hi. Oh mein Gott. Oh nein. Wer ist das? Ich? Johannes, bin ich? Ja. Komm mit, diesen Geheimgang, schau mal. Ja, ich weiß, dass Tops direkt dahinter. Oh, oh. Aber nicht mehr. Oder doch? Doch. Ja, das war das, was ich gesagt habe, er ist direkt neben mir. Oh mein Gott. Hallo, loch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Schrei. Oh mein Gott, ich treffe das Loch nicht. Geh durchs Mausseloch. Geh durchs Mausseloch. Ich treffe das Loch nicht. Wie viel Leben hast du noch? Oh. Ich soll niemanden laufen. Ah. Hör doch mal auf, mich zu verfolgen. Oh mein Gott. Weil Tops sind schwer, macht zehn Damage-Kerzen. Tobias. Tobias. Hör doch auf. Nein, hier, hier fahre ich nicht weiter. Ah. Alter, ich muss hier richtig nicht. Warte mal. Hier fahre ich nicht weiter. Mein Fontaine ist, dass ich klein und schnell bin. Klein und schnell. Klein und schnell. Ich bin klein und ich bin schnell. Wer hat Dabage genommen? Ich habe hier ein Zelt-Dabage. Ah, nicht schon wieder. Jürgen ist ausgefilmt. Oh, Johan ist weg. Oh, 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 oh. Ich kann auch hier und nicht mehr stehen. Ich fühle mich sicher hier. Hey, wo ist Ronja? Ich fühle mich nicht mehr. Oh, doch, ich fühle mich sicher hier. Du bist ein Griller. Ey, das war ein Ablenkungsmanöver von Julian für Ronja. Das ist gemein. Oh, wie geil. Danke, Johan. Ich danke dir. Du hast mir mein Leben gerettet. Nein. Ich schulde dir alles. Ich habe dich gesehen. Komm her. Oh, oh. Wer bist du? Wen hast du gesehen? Ich bin gar nicht da. Flo. Oh mein Gott. Okay, Flo kann er ruhig sehen. Das ist kein Problem. Warte mal, hier ist ein Pfeil an der Wand. Okay, wer heißt er? Ah, hi. Hi, 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 hi. Oh, was hast du? Ja, doch. Ich habe hier schlecht bei Tops, die ganze Zeit gejagt. Okay. I'm sorry. Komm mit, komm mit. Ja. Ey, wo seid ihr? Lass mal treffen. Das ist kein guter Geil. Das ist auch gefühlt riesig. Es gibt so viel Keimverstecke. Hier, ihr am Tisch drauf. Warte. Ja, das? Komm, ah, am Tisch drauf. Warte, oh, da kann man hoch. Oh, man. Hey, wo seid ihr? Wie bist du denn da hochgekommen? Ey, Juli, sag anfangs Buchstaben des Raums, wo du bist. Ich versuche an dem Kabel hinzuklettern. Hallo, ich bin auch immer in der Küche. Jump Runs kids, minus 10. Oh mein Gott. Ich bin gerade, in der Küche kannst du beim Waschbecken, kannst du rein? Wo hinter dem Kabel? Hier, warte, hier. Waschbecken, hallo? Nein. Hier, warte, ganz vorne. Ganz vorne. Hallo? Am PC. Hallo? Nein, Tops, up. Ah, am PC. So, ich sehe gerade Tops. Ah, okay, ich sehe, was du meinst. Ja. Ey, das ist so cool. Leute, ich bin hier. Das ist richtig geil, ja? Wir sind hier richtig geil, ne? Crazy, crazy. Ich bin versteckt, du wirst mich niemals finden. Oh, Leute, hier ist ein Kyo. Oh, guck mal. Soll ich ein Stuhl. Hier sind Nintendo's. Nein, Tops. Wo? Oh, lol. Da wirst du, Alter. Oh nein, bin ich nicht. Wo seid ihr denn? Hier ist noch ein Loch. Hallo, Tops. Hallo? Hallo? Ah, da ist jemand. Wo ist Tops? Oh nein, hier ist Tops, hier ist Tops. Was ist jetzt los? Nein, ich könnte mir aber sagen, wo ihr seid. Ich such gerade die alle irgendwie. Ich schon wieder. Tops, Tops, du willst Flo jagen, du willst nicht mich jagen. Ja, Tops, du willst mich jagen, oder? Hier sind Spielzeuge. Hier, es ist auch einfach bedrohlich, weil man Tops Namen immer liest und dann denkt, oh, Scheidencluster, jetzt kommt der. Ey, ich roll dir ein bisschen ab, wo wir vorhin waren. Wo waren wir vorhin? Äh, nein, ich bin nicht, ich bin nicht da. Ich bin im Garten. Ah! Oh mein Gott, Tops, oh mein Gott. Alter, Tops, man sieht dich gar nicht, du bist viel zu riesig. Ja, man sieht, ich komme bis zu spät ist und dann steht da hinter dir. Alter, Runde, ich verstehe jetzt viel, wie du mir so schreist, ja. Dankeschön. Es ist schön, dass mich endlich mal jemand davon ziehen kann. Ey, lass doch mal bitte zusammen spielen hier. Ey, wo seid ihr denn alle? Ich bin draußen auf der Terrasse bei dem großen Tisch mit dem Sonnenschirm. Spring mal runter, lass mal den Garten treffen. Ey, ey, Runde, komm mal zu Codename Spongebob. Alles klar, Codename Spongebob, ich komme. Das weiß ich, Tops, nicht, wo das ist. Nein, Tops, weißt du nicht. Warte, bin ich nicht richtig bei Codename Spongebob? Ist das nicht hier? Oh, oh. Hä, ich sehe Judas. Oh, oh, halt, Tops. Oh nein, Mist. Oh nein. Ich wollte stehen. Warte, 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 warte. Ich habe das Gefühl... Aufs Rapolin, aufs Rapolin. Oh mein Gott. Ey, ich bin gerade so gut versteckt hier. Wer treffe ich denn jetzt? Ich treffe die ganze Zeit irgendjemanden. Komm. Weißt du, wen du nicht triffst? Mich. Wen habe ich gerade gehetet? Weil ich ein schneller Springer bin. Oh mein Gott, ich habe Tops geschlagen. Tops. Tops. Tops längst schon. Schlag mal, Tops. Oh, können wir Tops schlagen? Wie gewinnen wir eigentlich? Müssen wir Tops töten? Wir müssen überleben. Wir müssen, äh, Subskut überleben. Ist es die kleine... Oh, 10 Minuten. Nein, da habe ich tropfen. Oh mein Gott, du springt immer höher. Oh mein Gott. Komm mal in die Hundhütte, in die Hundhütte. Leute, ich rette mich. Oh nein, Tops, ich rette mich jetzt auf dem Baum. Du kannst mir gar nichts. Hallo. Ich muss nur... Hi, Julien. Ich muss nur... Ey, das ist so cool. ... bisschen Schwung holen. Hör du mal auf, mich immer vom Trampolin zu schubsen. Was bist du denn für ein Mensch? Du bist gegen Spaß, Tops. Oh mein Gott. Viel Spaß. Hauptsache, dass ich... Ich habe keine Ahnung mehr. Ey, Hauptsache. Oh, wir können nicht um das Trampolin. Ey, Tops. Kannst du mit dem Baum aufhören, so rumzulachen? Tops, du kannst mir nichts. Ich habe keine Angst vor dir. Ich laufe um deine Füße rum. Wenn ich nah an dir dran bin, kannst du mich nicht treffen. Huiiii. Oh, du hast mich getroffen. Ey, komm mal, Haupteingang. Haupteingang zum Haus. Leute. Lass mal bitte... Lass mal bitte miteinander arbeiten. Sonst schreien wir gerade an uns aneinander vorbei. Habt ihr früher auch dieses Spiele gespielt, wo dann dieses furchtbar hässliche Gesicht eingeblendet wurde, wo dann auch immer das Geräusch kam? Erinnert ihr euch da dran? Ich kann hier hochschwimmen. Dann sind wir da oben. Oh nein, ich bin da runtergefallen. Warte, mit ein bisschen... Ja, ich kann hochschwimmen. Geht der Wii oder so oben? Ja. Oh. Tops ist geragequitted. Alles klar passiert. Tops wird gelieft und Roboter Tops wird gejoint. Hallo. Roboter Torben. Ey, ist das jetzt, Ronja? Ist das? Ich bin das, Heiko. Nein. Ich bin der... Alter, aber ich muss an diesem Sofa? Was ist das? Ich will Ronja töten. Ja, das ist mir klar, Tops. Aber du kannst mich nicht töten. Weißt du was, Tops? Ich komme dir entgegen. Ich habe weiter gesagt, du darfst nicht so viel rumschreien. Weißt du was? Ich lebe am Limit. Ich bin die Gefahr. Oh, lol. Hallo, Tops. Tops, du hast einen Legpunch. Du darfst dich an. Ich mache dich kaputt. Ey, habt ihr Tops legt, übrigens. Du stirbst. Lass Tops töten. Tops ist in der Luft bei mir. Er legt, aber übelst du. Tops steht bei mir in der Luft und portet sich durch die Regen. Ihr wisst schon, das ist ein Schwert worden hinter sich gut wie, gell? Ne, ne, das Schwert hat mich schon ein paar Mal getroffen. Echt? Ja, ja. Das macht sie mir als ein Damage. Ehrlich? Ich bin unverwundbar. Tops, ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst. Guck mal, verstecken, verstecken. Komm, Sponschpop. Komm, Sponschpop. Was ist mit Sponschpop meine ich? Hier ist Patrick. Hier ist, äh... Was ist das jetzt? Sponschpop? Oh, jetzt schießt du auf mich, ha? Jetzt wird er frech. Jetzt wird er frech. Aha, aha. Du machst mir keinen Schaden. Nicht auf ein Herz. Nichts. Oh, nein. Warte mal, ich bin... Ich muss sagen, du bist kein guter Mann. Ich bin sicher. Oh, nein. Wait a sec. Ich nehme gar keinen Schaden. Ja, die anderen. Ja, du kannst da rein gehen. Lass mal Party machen. Nein, ich nehme gar keinen Schaden. Nein, ich nehme gar keinen Schaden. Nein, ich nehme gar keinen Schaden. Warte mal, warte mal. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Nein. Ist er dich sicher? Ich weiß es nicht. Hallo. Oh nein. Oh. Oh mein Gott. Was? Rennt, 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 rennt. Oh, oh ja, ihr macht richtig abends. Pass auf, pass auf, pass auf. Wie viel der... Alter, 6 und 7 März. Oh. Oh, weia. Komm, komm, komm. Juli, ich will das ja. Wieso bist du so fokussend auf mich? Wieso willst du nicht meinen Juliantönen? In diesem weißen Gang nach oben. Holja, holja. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Und zwar ist es meine Rache von Wolf. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Siehst du mich? Nein. Tops, wir sind doch alle Freunde hier. Oh nein, Tops, oben. Nein, ich bin auch runtergesprungen. Oh nein. Oh nein. Alter, ich bin einfach hinterm Kissen. Okay. Ich habe einen Plan. Mein Plan ist ein Winterplan. Oh nein, Tops. Tops, kannst du bitte um offen zu legen? Das ist nicht... Oh mein Gott. Okay, ich habe einen neuen Plan. Ich bin bei der Treppe. Ich versuche die Treppe hochzuspringen. Bei der Treppe? Ich bin bei der... Oh nein, 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 nein. Ich bin nicht mehr bei der Treppe. Oh nein, Tops. Oh nein, Tops. Oh nein, Tops. Oh nein, Tops. Oh nein. Oh nein, Tops. Oh nein, Tops. Oh nein, Tops. Oh nein, Tops, Tops. Ah, Tops. Kleines Männchen. Wo bist du? Ich bin kein Männchen. Ich bin eine Melone. Kleines dumm. Ich sehe immer nur diese Pixel, wo es langflitzt. Oh, ich sehe beide mit mir freigert. Juni, klein. Juni, Waschbecken. You bist viel zu klein. Waschbecken. Waschbecken? ein wusel hast du ja wirklich gut ist ein geheimnis der schublade okay er kommt wieder raus er muss ich glaube auf die andere seite hier ist er er kann auf die anderen seite gefunden die kesseln ein wie eine maus hier ist er erst raus auf der seite ich glaube es ist auch ein problem ist es echt belastend ich bin ich bin der küche kommen zur küche haben kommt nicht der kommandoküche das problem ist das auch was auch hier was geht Oh, denkst du, du kannst mir entkommen? Ja, wir haben auf Tops geschossen. Oh! Kleine... Mistvieh. Wo bist du? Zeig dich. Zeig dich. Selten mal, du zeig dich. Oh mein Gott. Ja, weil du so klein bist. Ich hab ne Idee. Wo? Okay, such Bild mit Ronja. Dim, 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 dim. Okay. Oh mein Gott. Und du ihn hoch. Hoch, hoch, hoch. Wo? Okay, hier ist was. Hier ist was gebuseltes. Oh, Tops stark. Wichtiger Kill. Wichtiger Kill. Auf geht's. So, jetzt bin ich hier gestärkt. Alter, ey, das sieht richtig riesig aus hier. Hey, sag mal, warum trägst du mich, Flo? Schlepp mich gleich. Oh, hi, das sieht voll klein aus, jetzt hier alles. Ja. Hallo. Ey, wo seid ihr? Oben. Julian ist oben. Bei der Laterne. Oh mein Gott, wirklich, wirklich? Der ist unten. Der geht runter. Wo ist er? Wo ist er? Oben, oben. Ne, ist unten drunter gesprungen. Warte, ich muss mir auch... Ich spür jetzt euren Schmerz, okay? Ah, nein. Ja. Wir haben ihn. Oh nein. Wir haben ihn. Wir als Team haben alle getötet. Nicht Chops allein. Ich würde mal sagen, hier ist der ganz epischer Sieg. Ähm, ja, Leute, wenn ihr mehr Minecraft Micro Paddle haben wollt, lasst bitte meinen dicken Daumen hochzuhaben. Ich finde, das ist mega lustig. Wenn es euch gefällt hier, oder wenn wir genug noch mal hochschaffen, machen wir noch eine weitere Folge oder eine neue Map hier. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.